Ist du ein Searcher? Es wird wieder spannend. Klasse! Archer! Der Agent mit dem Talent, sich Feinde zu machen. Mutter zerstört gerade, was von meinem Leben noch übrig ist, bevor ein kubanisches Killerkommando mich ermordet. Archer! Archer, die dritte Staffel. Zum ersten Mal im deutschen Free-TV. Freitag, 22.30 Uhr. Bei Viva.